Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity und wir machen das ganze dieses mal was anders So Der kann ruhig den Earthblight erstmal angreifen Wobei, naja, bleibt stehen, vielleicht haben wir Glück, mit der kann den Earthblight erstmal außer Gefecht setzen Ähm, der macht hier direkt Nicht den, sondern den Buff Deshalb läuft der auch nach vorne Dann machen wir sofort diesen Stun So Okay Das hat schon mal Schaden gemacht Der läuft da vorbei Wie kann ich helfen? Vulnerability Der ist Prone Hm? Gut, dann machen wir hier die Rüstung auch noch Naja, das passt die Reichweite nicht Minus 10 All Defenses Ja, passt Ja, passt Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Der könnte natürlich auch hier erstmal Lassen wir den erstmal laufen Ja Okay, der hält aber jetzt gar nichts aus Das lohnt sich nicht von dem Die ist auf jeden Fall ready für irgendwas Phantom Foes Phantom Foes Die stehen auch extrem doof Die stehen auch extrem doof Exposed Vulnerabilities haben die ja an Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Der kann casten. Die haben sich jetzt auf jeden Fall da oben gesammelt, was sehr gut ist, denn damit kann ich die quasi alle Mervin ja gleichzeitig wegpusten. Der eine ist unten geblieben. Wenn möglich, setze ich dem jetzt ein Element da hin, um den da wegtanken zu können. Der ist zersplittert. Wie kann ich helfen? Der ist doof. Earth, 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 Earth. Keine Elektroresi, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ne, Crush und Freeze sehr wenig. Ah, der hat leider zu wenig Angriffs-Spells. Der kann im Grunde im Moment nicht so super viel Sinnvolles tun. Hmmmm. Hmmmm. So. Hm Okay Der da muss dringend weg Bereit Deine Gedanken müssen tief fliegen Ja 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 Der ist sehr gut Der ist schon fast kaputt Sind alle flanked prone Greif die da mal an Der kann auch nach da übergehen Guck mal direkt den nächsten Carsten Durance Nochmal nochmal Wenn der fertig ist Dann äh Wächst da kein Gras mehr Was Splitter 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 Sauber Das Lief gut Oha Und da sind die Primal Rocks Die ich Fürs Verzaubern gebraucht hatte Speichern Sehr gut Unten die Gruppe sollte dann auch kein Thema sein Alright then Nicht dass wir da diesen Typie brauchen Die Strange Pedestral Has Around Depression At the top It seems to be missing something Und da liegt nur ne Leiche rum Sobald die können wir auch wunderbar durch die Tür ziehen Oha Da ist wieder Super Und Übersicht Wie kann ich helfen? Bereit Deine Gedanken müssen sehr tief fliegen in die Passt schon So Auf geht's Ich werde es enden Flöp Flöp Hm Machen wir hier mal einen kleinen Accuracy Buff drauf Ja Der hat gar nichts an Buffs oder? Was war das hier eigentlich? Talents Reach 4a Jede Aber der war glaube ich Der Die Reichweite zu niedrig Ja Naja Buffs hat der nicht Ja Moe Moe Ixi Anna Anna Schönen Schönen You Du Schönen Schönen Ihr Thäden sollte es tief Was? Was? Ich kann dir das. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ja? Ja? Ja, okay. Du machst jetzt den hier. Was? Und er hier. Darf sich halt zerbröckeln. So. Frighten. Hey. Was ist denn? Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hey. Hm. Baby. Ready. Ready. So. Ich meine, ich muss ja nicht alles verbrauchen hier. Müsste auch mit ein bisschen weniger gehen. Mein Vater? Ja? Wobei das schon viele sind So Deine Gedanken sind stark Hm Deine Gedanken müssen tief fliehen Wahrscheinlich Dorrance Den da rein Mein Hey Injured Die schwemmen da rein Also theoretisch könnte man die halt auch Ähm Stunnen So So Okay Ja Der ist wieder fertig Ich glaub gegen Piercing hatten die Den Den Schutz Ne Ne Wie ist der wagt? Da mach ich euch einfach alle kaputt Mit dem hier Die sind jetzt so weich geklopft Dass die eigentlich damit Vor allem wenn der jetzt noch durch geht Dass die so pervers Schaden bekommen sollten Durrance Kann Gucken ob der denn durch geht Gucken ob er durch geht Hm? Ah Hey, geh zurück, Junge. Prone. Na, hab ich den mit abgeschossen. Wer Depp da mit runtergelaufen ist. Okay, aber es ist ganz gut gelaufen, würde ich behaupten. Deine Gedanken müssen tief fliegen, insofern. Haha, okay, da kam noch was. Bam, 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 alles tot. Bleibt nur noch der eine. Ah, komm. Ach nee, die haben sich gegenseitig explodieren lassen. Gors. Deine Gedanken müssen tief fliegen, insofern. Ja. Ja. Da unten sind aber ja noch eben... Haben wir da noch was zu looten? Ne. Ähm, da unten waren ja vorher noch Shades gekommen. Oder sowas? Spectres... Irgendwie sowas ist da gekommen. Flame Blight. Und hier unten? Insekter, aber hier sind insgesamt nur drei Stück. Hey. Naja, das sind ein paar mehr Ja, wir müssen immer nur Verschieden Oh, da oben sind noch mehr Hm? Okay Wie kann ich helfen? Ja Ja Für die ist das jetzt wieder blöd, weil die da nicht ordentlich ihre Spells anbringen können Solange die Gegner da so am eintrudeln sind Ich denke, der hilft immer Wobei, nee, machen wir lieber den Den Ja Hi Dann haben wir den noch Der kann hier aber eigentlich nichts Sinnvolles tun gerade Der kann einfach nur seinen Cooldown abwarten Wie kann ich helfen? Hm? Das wären ja nicht weniger Gott, okay Okay, das sind ne Menge Das Problem wird sein, wenn die explodieren, dann nehmen die mich mit Your thoughts must flow deeply, indeed How may I help? Das ist nur Foe Das ist nur Foe Super anfällig für Freeze natürlich Hat der Magier aber halt gar nichts Der Magier ist hier ein bisschen Der könnte Hier oben das hin zaubern Deine thoughts must flow deeply, indeed Blind Und mal den drauf Ja Sehr gut Ich hab so ein bisschen Angst, wenn die jetzt anfangen zu explodieren Lassen wir den erstmal seinen Cooldown abarbeiten Das war noch okay Ja Hi Deine thoughts must flow deeply, indeed Gucken, ob ich den da zwischen irgendwie bekomme Yes Jetzt gerade jedenfalls nicht Hi Ähm Ähm Nee Der wartet noch kurz Hm Ready Der muss doch langsam fertig werden, da Hm Hm Der auch Hey Ah Naja Lad du mal nach Durrance ist fertig Der muss auf jeden Fall den Absorb casten So, endlich, fertig Dann haben wir hier Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Dann können wir den Minimal Runter stellen Hm Ah Mit der da mithelfen kann So, und der kommt auch wieder hier runter Need something Dann kann der wieder was Neues casten Haben wir Hm Einen dedizierten Feuerschutz Need something Hm Vermutlich nicht Gott Werde ich da explodieren Wobei Im Moment sind die noch Wenn wir den ja wegschießen könnten Na Mal schauen Hm Ready Mit dem her können wir die zumindest da ein bisschen blotten Müssen wir noch auf die oberen warten Der kann hier unten einfach mal reinballern Übrigens Was zu tun Über die Zeit Hm Na Das ist doof Aber das ist ein Specter Ja Hallo Hi Na gut Ah Ach, der hat nur noch die zwei in dem normalen Angriff. Die ist normal am draufknüppeln. Damit kriegen wir fast alle noch mal. Durance. Durance. Garly Injad. Need something? Flame, der stirbt gleich. Mhm. Hi. Kommen die da oben gar nicht nach? Dann caste ich den jetzt da hin. Du greifst da unten an. Ach, die haben mal einen kleinen Typie zerstört. Mhm. Wie kann ich helfen? Nehmt ein paar Erinnerungen. Bist. 31, gut. Grieving Mother. Deine Gedanken müssen tief fliegen, in der Fall. Okay, die kann... Nee, die steht da jetzt ungünstig. Lieber mal einen Waffenwechsel und hier unten drauf. Ja. Hm. Dorance hat sein Spell fertig oder ist abgebrochen worden? Oh ne, der ist auf dem Weg. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis der... Bis der seine Sache vollbracht hat. Against Restraints bringt hier nix. Was wir machen mit denen hier, damit wir da nochmal... Heilung bekommen, wenn wir jetzt hier alle explodieren sollen. Falls das große Sterben jetzt nicht schon angefangen hat. Du greifst den nicht an. Du machst einfach gar nichts. Das ist der darf nicht sterben, der Gegner. Der Spek da schon. Holy Radiance. Sehr gut. Wie kann ich dir helfen? Hey. Genau, kosten wir den. Wobei, nee, machen wir anders. Wir kosten den. Die hat noch recht viel. Stellt die sich zumindest mal vor den. Ja? Hm? Ja? 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 Nee, es war doof. Der Radius ist so winzig von dem. Ready. Ready. Okay. Was schafft denn? Oh. Dann machen wir das halt so. Hey. Deine Gedanken müssen sehr tief fliegen. Okay. 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 So. Machen wir hier nen Blind hin. Okay. Dann nehmen wir den mal auseinander. Und den da unten. Dorenz fertig. Dorenz fertig. Da haben wir noch nen Heal. Da ist ein Gegner gestorben. Es gibt erstmal wieder Schaden. Das war wieder Schaden. Da kommt wieder ein bisschen Heilung rein. Heal den. Neid'an? Dorenz fertig. Dorenz fertig. Dorenz fertig. Dorenz fertig. Die Lava will be on seek Shits Ready Ja. Neues was? Hi. Ein Bruch. Ja. 3... 3... Ja? Ja. Die haben wir gerettet. How may I help? Hm. Hey. What? Great. Hm? 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 Hi? Der ist prone. 8 Sekunden. Hanna! Hanna! Sauber. Das war aber jetzt auch mal wieder ein Kampf. Holla die Waldfee. Speichern. Der unten der wird wieder einfacher. Aber weil da den Gang haben. Wenn ich mich hier aber hier hingestellt hätte. Dann hätte ich die aus beiden Räumen gepullt. Dann wäre ich jetzt recht im Arsch gewesen. Das... 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 Das ist zusätzliche cho Начenn. Das... Das hier liegt bei den Augen. Okay. Hey. Wie kann ich mir helfen? Ja, ist auf jeden Fall gut. Beim nächsten Mal rasten haben wir es auf jeden Fall. Weil man ja auch wieder drei Stunden braucht, um nach oben zu laufen. Dann mache ich auch hier erstmal wieder einen Schnitt. Und dann geht es zum nächsten Mal hier an den nächsten Kampf. Die Zone, die zieht sich ein wenig. Wenn da noch mehr solche Räume sind, dann... Ja. Aber interessante Kämpfe. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.